Liebe Gäste, liebe Freunde, herzlich Willkommen bei uns im Obstsalzboom in Wieg auf Föhr. Am Vortag eurer Anreise sendet ihr uns einfach die Testergebnisse. Dann heißt es nur noch ankommen, in der Luca-App einchecken und die Zimmerkarte entgegennehmen. Außerdem bekommt ihr einen Hotelpass, mit dem ihr euch bei uns im Hotel frei aufhalten könnt. Dieser Pass ersetzt das Vorzeigen eurer Corona-Tests. Wir kümmern uns um die Sicherstellung und Dokumentation eurer Testergebnisse. Testen könnt ihr euch übrigens ganz unkompliziert, bei uns in unserem hoteleigenen Testpoint. Während ihr ganz entspannt die benötigten Formulare in unserer Hügelbar ausfüllt, genießt ihr schon mal den Ausblick auf die Nordsee bei einem Glas Prosecco. Sobald die Formalitäten geregelt sind, begleiten wir euch auf eure Zimmer und informieren über die Leistungen sowie die aktuellen Maßnahmen bei uns im Haus. Der Ausblick spricht für sich, oder? Bestimmt möchtet ihr in unserer Strandbar Südbar essen gehen und internationale Streetfood mit Meerblick genießen. Wie läuft das hier ab? Einfach einen Tisch online reservieren, per Luca-App einchecken, Hotelpass vorzeigen und euer Lieblingsgericht bestellen. Endlich mal wieder so richtig verwöhnen lassen? Das ist bei uns im Eilund Spa möglich. Hierzu ist eine Reservierung über unsere Spa-Rezeption vorab notwendig. Und dann heißt es auch hier per Luca-App einchecken, Hotelpass vorzeigen und euren persönlichen Lieblingsduft für das Massageöl aussuchen und die Entspannung genießen. Ankommen, Eintauchen, Wohlfühlen das ist euer Obst-Salzbum-Urlaub bei uns auf Föhr. Bis zum nächsten Mal. Names